ja was geht ab und starten und herzlich willkommen zu einem weiteren video und ich werde jetzt denken ja danke danke es ist nicht black ops 2 im hintergrund was ist auch nicht von mir erspielt sondern es ist von einem ja anderen youtuber er spielt dann links unten in der video beschreibung nicht dass ich ihn kennen würde ich habe einfach mal ein bisschen gesucht und da gibt es ein paar ja gameplays die zum download eben zur verfügung stehen und da dachte ich mir so eyo klatsch einfach mal hier das ffa auf boot leg ein bisschen zusammen am anfang war irgendwie kurz afk deswegen schneide ich da ein paar szenen raus die nicht so spannend sind ja damit müsste jetzt eben leben aber schreibt doch mal in die zwei ja sehr lustig black ops 1 oder so bringen soll oder mal mw2 irgendwie sowas was eben nicht so oft seht damit ihr nicht immer black ops 2 zu sehen ja ihr black ops 2 sehen müssen so genau wie so wie so kompliziert wenn es auch einfach geht dieser stellung genau egal schatz drauf und zwar heute in dem video geht es eigentlich nur um ein thema oder mich eigentlich nur ein kleines thema ansprechen und zwar was soll es zum 100 abo special geben weil dann würde ich mir je nachdem was ihr euch wünscht dann damit schon mal anfangen weil manche sachen sind halt sachen sind halt schon ein bisschen aufwendig und ich hab da so ich sag jetzt mal drei opzionen liebe leute und zwar einmal ist es vielleicht die option ein best of pippo zu machen von bis jetzt ein videos die ich hochgeladen habe ich kann ich kann jetzt kurz mal schauen mal ein bisschen herum klicken und mal gucken wie viele videos das dann ungefähr wären ja das wären wartet kurz 1 2 3 4 5 6 ja das sind schon ein paar so ungefähr 25 sind da schon da könnte man schon ein kleines best of rausschneiden jungs also das wäre no problem es wird natürlich auch ziemlich viel arbeit beanspruchen es wird dann noch ein bisschen dauern ist dort sowieso noch ein bisschen bis 100 abonnenten habe aber würde ich da die next sogar schon mal anfangen weil das ist wirklich ja doch schon ziemlich viel arbeit sag ich jetzt mal das ganze so zu gestalten liebe leute und ansonsten hätte ich noch den vorschau vielleicht ein killduell zu machen in black ops 2 mit zwei drei anderen leuten vielleicht auch mit ein paar freunden die heute youtube machen und aufnehmen können keine ahnung mal schauen wer halt sowas für die leute die unbedingt noch mal dings sehen wollen hier wie heißt es ja irgendwas mit black ops 2 killduell oder sowas oder die dritte möglichkeit wäre ein facecam video nur ihr müsst so ein bisschen wissen dass ich da so ich sag jetzt mal auch ein thema für brauche für dieses video was ich dann machen würde und ob ihr euch überlegt vielleicht mache ich das auch als 150 abonnenten special aber wenn jetzt alle sagt ja dieser hier macht das dings das dann überlege ich es mir vielleicht nochmal anders also ja ich würde mal ganz gechillt behaupten stimmt auf jeden fall mal ab deshalb schreibt in die kommentare zum beispiel hashtag best of oder hashtag killduell oder hashtag facecam doppelpunkt und dann das thema was ihr euch noch dazu wünscht oder nochmal dual commentary das wird vielleicht nichts auch noch irgendwann kommen keine ahnung lasst euch auf jeden fall mal ja ein bisschen aktiver überraschen sag ich jetzt mal damit ihr da so wisst ihr wasch da so los ist so gibt es sonst irgendwas was ich ansprechen wollte eigentlich nicht großartig ne eigentlich nicht jungs das war es jetzt erstmal von diesem ganz kurzen video es gibt immer so eine stelle da denke ich mir echt so was was soll es jetzt erzählen und da habe ich jetzt erstmal überhaupt keine ahnung was ich jetzt labern soll gibt euch auf jeden fall noch ein bisschen den das gameplay ich werde so ein bisschen zusammenschneiden mit musik hinterlegen und schaut auf jeden fall trotzdem bis zum ende zu und wie gesagt der spieler ist unten verlinkt so gehört sich halt und ich würde mal sagen haut darin lasst auf jeden fall mal eine bewertung wie gesagt da seid nicht zuvor zu kommentieren wir wollen auf jeden fall Untertitelung des ZDF, 2020